Neben den Bayern haben wir mit Borussia Dortmund noch ein weiteres deutsches Team im Champions-League-Halbfinale, das wie schon in der Gruppenphase auf Paris Saint-Germain treffen wird. Und in diesem Video bespreche ich mal kurz das erneute Aufeinandertreffen, vor allem mit Fokus auf PSG und wie das Spiel dann letztendlich aussehen könnte. Wenn man die Saison von PSG mal grundsätzlich betrachtet, so ist man unter Neutrainer Luis Enrique eigentlich eher schleppend in die Saison gestartet, hatte viele Unentschieden, aber seine Spielidee, auf die ich gleich zu sprechen komme, hat dann immer mehr gegriffen. Man hat seit dem 15. September kein Spiel mehr in der Liga A verloren, ist jetzt auch gerade Meister geworden. Zwar nicht aus eigener Kraft, weil man gegen Clermont nur unentschieden gespielt hat und da auch Mbappé unter anderem geschont hat, aber sie rasieren die Liga ansonsten in gewohnter Manier, müssen sie auch mit dem Kader und der Qualität der anderen Teams. Dennoch wurde man in der Gruppenphase der Champions League, unter anderem mit Niederlagen gegen Newcastle und Milan Januar 2. hinter dem BVB. Also gegen Top-Teams aus anderen Ligen, die schon eher auf dem eigenen Niveau sind, tut man sich schon ab und zu schwer. So war auch die Hinspiel-Niederlage im Viertelfinale gegen Barcelona die einzige Niederlage in diesem Kalenderjahr. Spielerisch startet man unter Enrique immer aus einem 4-3-3 heraus. Im Aufbau ist es dann meistens ein 4-1-Aufbau mit den zwei Achtern davor und den drei Offensivspielern vorne, wobei die Flügel jeweils die Breite halten und generell alle drei eine Gefahr in die Tiefe darstellen mit enormem Tempo, egal wer da eingesetzt wird. Wird man hochgepresst und Mann gegen Mann angelaufen, dann hat man schon so seine Probleme mit dem 4-1-Aufbau, aber man kann sie da schon vor Probleme stellen, wenn man sie gut presst, aber genau das ist halt so enorm schwierig und vor allem riskant, denn mit den drei Offensivspielern, egal wer da ist, Mbappé, Dembélé, Bacola, die sind alle eine enorme Kontergefahr, wenn man überspielt wird und deshalb ist es halt so riskant, sie zu pressen, kann aber auch erfolgreich sein, weil sie nicht unbedingt das allerbeste Aufbauspiel haben. Enrique setzt bei PSG auf klares Positional Play, sowohl im Aufbau, aber vor allem dann auch im mittleren und letzten Spielfelddrittel, wenn die Gegner etwas tiefer stehen, so auch zuletzt gegen Le Afre, wie wir hier sehen, da spielt man im Ballbesitz ein klares 3-2-5, Rechtsverteidiger Hakimi schiebt hoch, Linksverteidiger Beraldo geht in die Mitte in einen Dreieraufbau, ist ja gelernter Innenverteidiger und da werden dann halt alle Räume besetzt, aber sie sind da halt auch sehr fluide, bewegen sich flüssig, rotieren viel und dementsprechend ist es schwierig, das tief zu verteidigen. Sie sind zwar körperlich nicht die Besten, schlagen jetzt auch nicht allzu viele Flanken, aber das sind halt technisch alle auf einem sehr hohen Niveau, können Situationen einfach auflösen und du hast halt extrem trippelstarke 1-gegen-1-Spieler auf dem Flügel. Trainer Luis Enrique hat aber auch immer wieder lösungsorientierte Ansätze, wie zum Beispiel hier im Rückspiel gegen Real Sociedad, da spielt man schon regulär in seinem 4-1-Aufbau aus der 4-3-3-Grundordnung heraus, aber hat Ousmane Dembélé klar die Anweisung gegeben, sich öfters fallen zu lassen, ich habe ihn hier auch markiert, um dann quasi als Achter zu agieren und das Pressing vom Gegner so immer wieder aufzulösen, vor allem über Dribblings, in denen er ja wirklich genial ist, aber das ist schon eine ungewohnte Variante, hier zum Beispiel ist er quasi 6er, die erste Anspielstation für die Abwehrspieler und das fand ich schon einen interessanten taktischen Kniff, gerade wenn sie hoch angelaufen werden. Alle gerade genannten Gründe machen sie halt einfach enorm gefährlich mit Ball, sei es im Aufbau, dass sie den Gegner überspielen und dann mit viel Tempo in die Tiefe starten können oder auch gegen tiefstehende Gegner und das zeigt sich auch in den Zahlen in der Liga A, klar die meisten Expected Goals herausgespielt, die aber auch nochmal um fast 10 Tore überperformt, also man ist da auch extrem eiskalt mit seinen Chancen, gerade mit dem Unterschiedsspieler Mbappé natürlich. Also die Stärke von PSG ist schon ganz klar das Spiel mit dem Ball, Was ich Dortmund jetzt raten würde, wie sie da am besten das Spiel angehen, ist natürlich schwierig, ich glaube ein guter Mix aus allen Varianten wäre das Beste, also dass man situativ auch mal sehr hoch anläuft und wirklich alles Mann gegen Mann zustellt, sich dann aber auch in einem Mittelfeldpressing fallen lässt, da spielt man ja gut und gerne ein 4-1-4-1, wobei Chanda öfters den 6er-Raum ein bisschen offen lässt und das könnte vom PSG halt schon enorm eiskalt ausgenutzt werden, da muss man mal schauen, wie das dann letztendlich aufgeht, aber man kann natürlich auch mal noch tiefer verteidigen, dass vor allem das Tempo der Offensivspieler nicht so zur Geltung kommt. Schauen wir, was PSG gegen den Ball macht und seit Enrique da ist, beziehungsweise vor allem seit Neymar und Messi wechseln, spielt man auch ein hohes Pressing. Klar, Mbappé arbeitet gegen den Ball nicht ganz so fleißig, aber man ist da trotzdem vorne mit dabei in der Liga, hat einen PBDA-Wert von 8,7, also man presst schon erfolgreich und intensiv und kann so auch viele hohe Ballgewinne erzielen, wie in dem Fall gegen Stade Brest im französischen Pokal. Wenn man das Pariser Pressing hingegen überspielt, dann haben sie schon ganz klare Schwächen, auf die ich jetzt zu sprechen komme, allerdings wird das für den BVB halt schon sehr schwer, denn wir wissen alle, sie tun sich sehr schwer, wenn man wirklich hoch zugestellt wird, angelaufen wird. Da ist der BVB wirklich nicht gut darin, das aufzulösen, ohne das Pressing zu überspielen und da sehe ich schon auch ein Risiko, zum Beispiel hat ja auch so ein Ballgewinn vom Gegner zu einem Tor geführt im Hinspiel gegen Atletico und hoffen wir einfach mal, dass das jetzt gegen Pechet nicht der Fall sein wird, dass man einen guten Mittelweg zwischen langen Bällen und riskantem Aufbauspiel flach hinterdraus finden kann. Denn im mittleren und eigenen Spielfelddrittel verteidigen sie es echt nicht sonderlich gut. Klar, sie haben da auch individuelle Qualität, ein Marquinhos und so weiter, aber auch ein Danilo Pereira, gelernter Sechser, ist jetzt mittlerweile Innenverteidiger, weiß ich jetzt nicht. Und ansonsten mit Beraldo und Lucas Hernandez, das sind alles wirklich spielstarke Verteidiger, aber physisch nicht die allerstärksten und wenn man sich da durchsetzen kann, wäre das schon von Vorteil. Aber was ich hier rein grundsätzlich bemängele, ist die Ordnung gegen den Ball, vor allem auch von den Offensivspielern. Ich habe jetzt im Hintergrund ein paar Bilder, das sieht meistens nicht allzu gut aus, Mbappé arbeitet nicht mit nach hinten mit und die Flügelspiele jetzt auch nicht allzu intensiv und so ergeben sich halt schon immer wieder Räume um die Abwehr herum, die man bespielen kann und gerade das hat ja auch gegen Atletico im Rückspiel geklappt, auch in der zweiten Halbzeit im Hinspiel und wenn man da wieder auf das Niveau kommen kann, das man gegen Leipzig zum Beispiel jetzt wieder vermissen lassen hat und da gute Läufe auch ohne Ball anbietet, mit einem Sabitzer, mit einem Brand und das dann wirklich ausnutzen kann, dann sehe ich da auf jeden Fall eine Chance, wie Dortmund mehrere Tore gegen PSG erzielen kann. Auch hier im ganz tiefen Verteidigen die Ordnung von PSG gefällt mir meistens nicht ganz so gut und man tut sich auch immer wieder schwer, wenn die Gegner zum Beispiel Spielstark auflösen oder auch bei Flanken wie in dem Beispiel auch gegen Stad Brest. So hat man in der Liga, wenn man die Qualität der Spieler auch in Relation mit den anderen Teams setzt, auch nicht die beste Defensive. Man hat zwar nur 22 Gegentore aus dem Spiel heraus, auch bei Standards kriegt man kaum Gegentore, aber mit 27 erwarteten Gegentoren, bemessen an der Chancenqualität der Gegner aus dem Spiel heraus, lässt man schon relativ viel zu. Man muss da auch wirklich sagen, ein Donnarumma ist in der Liga Weltklasse, in der Liga A hält er wirklich überragend, also echt stark, aber in der Champions League, wir sehen hier rein an seiner Sofa-Score-Bewertung, ist das schlechter. 7,08 ist immer noch voll okay, ich persönlich habe ihn ein bisschen schlechter wahrgenommen in den internationalen Spielen. Vor allem kann man ihn vor Probleme stellen, wenn man Bälle in die Zone of Uncertainty spielt, also dem Bereich zwischen Verteidiger und Torwart, wo immer so ein bisschen ungewiss ist, wer hingeht. Donnarumma hat nicht die beste Strafraumbeherrschung, macht da häufiger Fehler und wenn man das ausnutzen kann, wie in dem Beispiel Barca im Hinspiel bei PSG, dann würde man PSG vor weitere Probleme stellen. Alles in allem würde ich sagen, dass dieses Spiel relativ schwer greifbar ist, im Vergleich zum Bayern-Spiel, da man von beiden Teams nicht wirklich weiß, was man erwarten kann. Klar wird PSG dominant sein und mehr Spielanteile haben, aber auch sie nehmen immer wieder Anpassungen an den Gegner an, während bei Dortmund schon auch der Anspruch da ist, mitzuspielen und nicht wie im ersten Gruppenspiel nur hinten reinzustehen. Da hat man ja 2 zu 0 verloren bei PSG. Zu Hause im zweiten Spiel gab es ja dann schon ein Unentschieden, wobei man selbst offensiv deutlich aktiver war. PSG hätte vielleicht den Chancen nach auch eher gewinnen können, aber ich fand das Spiel trotzdem besser wie das in Paris, wo man wirklich nur hinten drin stand und dann auch 2 zu 0 verloren hat. Also auch das Ergebnis war da schlechter. Dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass der BVB hier auf jeden Fall mitspielen wird. Ob es dann letztendlich wirklich reichen kann, in das Finale einzuziehen bzw. sich erstmal eine gute Ausgangslage im Hinspiel zu erarbeiten, wird man sehen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Taktikanalyse nach dem Spiel kommt natürlich auch, also lasst auf jeden Fall gerne ein Like oder Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!